Bei mir ist ein Gegner. Kommst du fort? Verlust du damit, was MP mäßig kommt? Ja, hab ihn. Okay. Dann gehen wir schon mal in die Zone. Da ist ein Gegner oben auf dem Dach. Da ist ein Gegner oben auf dem Dach, Tino. Oh ja, da ist ein Gegner oben auf dem Dach. Hab ihn ausgenutzt. Als ob, der hatte welchen Dreierhelm? Ne, jetzt feier. Ja. Beide down. Hab sie. Alter, ich hab direkt einen Instant Headshot gegeben, ne? Bam. Dem einen hab ich gerade noch eine Kuh gegeben mit der SRR und dann hast du ihn direkt weggemacht. Ja. Ich dachte, ich würde ihn mit der SRR treffen. Ja, sehr gut. Die hatten den Loot, den ich brauche. Wahrscheinlich, ja. Ja, war eigentlich richtig dumm zu schießen, während wir noch nicht in der Zone sind. Erstens das und zweitens hätten die uns überhaupt nicht bemerkt. Die hätten sich wahrscheinlich auch oben aufs Dach postiert. Ja, stimmt. Das ist egal, ob du den Vater schießen willst und äh, da hat er dann einen nervösen Finger. Ich pump mich mal eben mit Schmerzmitteln voll, dann stürmen wir die. Der eine läuft gerade raus. Er ist an deinem blauen Haus dran. Ja. Ach, ich hab ihn nicht down bekommen. Oh. Der andere ist auf dem Dach drauf. Ich hab einen. Der andere hat einen SRR Headshot bekommen. Ist oben auf dem Dach drauf noch. Ja, warte ich heimlich eben. Sein Mate ist schon mal down, ist nur der eine. Der eine richtig krasse Nate wirft. Oh, scheiß. Ich hab auch eine richtig krasse geworfen. Wo ist der? Ist der hinten an einer Lagerhalle noch oder wo ist der? Ja, aber oben drauf. Oben drauf auf dem Dreiergebäude. Er steigt ins Auto und fährt weg. Ja. Als ob der es weggeschafft hat. Also der hier hat auch noch eine Sanitasche, wenn du da haben willst. Wir müssen auch unbedingt weiter, wenn wir noch eine mit 20. Alles klar. Nimm die Sanitasche mit von ihm. Die räumen hinter uns auf. Ja, ganz hinten laufen welche auf 170 E sind. Ja, er läuft. Er läuft hier nicht auf. Zwei Meter vor mir. Schieß. Hab ihn. Ah, viel Spaß. Teammate. Ja, gucken wir mal wo sein Mate ist. Ja, mit welchen Maiden. Hast du geschossen? Nein, er hat gekarrt. Der Mate von ihm? Ja. Ja, der Schuss klang so nach hinter mir. Kackt er auf dich? Der kackt auf mich glaube ich, ja. Ja, der kackt auf dich. Da hinten sind Gegner. Scheiße, jetzt hab ich noch andere Gegner am Rücken ey. Okay. Warte, du bist jetzt offen für den hier oben kackenden, ne? Ja, aber ich seh ihn nicht. Er kann auch dahinter bleiben noch. Wir müssen an die Häuser ran. Oh, rip. Hast du Granaten oder so, die wir da hinschmeißen können? Ich hab gar keine Nails mehr. Ich hab noch 6 Stück. Ja, das sind die hinten auf S, die auf dich schießen. S sind 2 Stück. Cool. Ich hab gedacht, guckt der hier auf NW nicht auf uns. NW ist auch einer oder was? Naja, hinter uns müsste noch der eine eigentlich sein oder nicht? Ja. Oh, ich brauch dringend einen 9er. Hast du 9mm noch für mich? Die laufen rüber. Wir müssen auch laufen. Die laufen an die Häuser. Anders ins rechts rum. Ja, warte, 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 warte. Ich muss dringend die 9er mitnehmen, wenn der welche hat. Hat der natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Ich hab noch 80. Wie fährst du? 60. Ah, okay. Oben steht einer auf dem Berg, direkt über uns. 240 am Felsen. Ah, sehen. Hab mich weggedippt. Hat nen Hits. Hat zwei Hits. Lauf. Der läuft weg, alles klar. Danke. Ein dritter Hitter hat den getötet. Ja, danke für die Deckung. Gerne, gerne. Ich leg mich mal kurz hier hin. Der ist oben wieder auf dem Berg. Was ist mit dem, der hinter uns war jetzt? Den ignorieren wir. Der hat so lange nicht auf uns geschossen, während wir nur zu ihm auf uns saßen, dass ich denke, dass er nicht da ist. Hier Schüsse vor mir. Ja, oben der eine steht immer noch auf dem Berg. Der da hinten müsste jetzt auch kommen, die Zone kommt. Der ist ganz hinten rechts. Sind wir hier drin, Keno? Hab einen gedowned. Keno, sind wir hier drin? Ne, sind wir nicht. Weiß noch nicht genau. Hier sind alle Gegner. Sind wir drin? Nein. Will ich nicht. Ich bin hier drin, hinterm Felsen. Ja. Hinter der Kiste. Ich bin hinter dir. Also hier ein paar Meter weiter auf der anderen Seite von dem Haus ist einer genockt halt. Hast du den Nate? Kannst du den Nate ans Ende des Hauses werfen? Boah. Warte, ich geb dir mal eben welche. Hier, bleib mal, komm mal hier. Ist egal. Ich geb dir mal zwei Stück. Die liegen hier unter mir. Wir müssen gleich nach rechts laufen, ne? Hier unten sind zwei vor mir, Keno. Hab einen. Ja, wo du aus den anderen? Alles klar, die sind auch schon mal weg. Hat einer von den 9mm. Ich guck gerade. Bring doch schnell mit. Meiner nicht. Meiner nicht. Ich pump mich nochmal voll, dann lass uns rechts rum gehen. Ja, der hier auch nicht. Es sind doch jetzt nur noch die oben auf dem Felsen, oder nicht? Ne, ne, ne. Es sind noch zwei Zweierteams. Komm mal zu mir, Keno. Ja, das ist echt. Lass nicht den Berg hoch. Lass rechts rum gehen, oder? Weiß ich nicht genau, warum. Weil die Zone da hingeht. Da, sie sind an dem Check. Auf 330. An dem Check dran. Ja. Ah, das ist ein Problem. Hast du Nates? Ne, aber ich kann die von hier treffen. Warte mal. Ich muss mal den Berg abchecken, Bro. Mach das. Ja, die sind genau an dem Check, die Säcke. Ja, oben auf dem Berg. Oben auf dem Berg sind welche? Ja, aber die legen sich, glaube ich, mit denen da unten gerade an, ne? Ah, der ist genau vor mir gewesen. Ich hab einen. Halt dich schnell, Keno. Halt dich. Oh ja. Wir müssen mich jetzt rein. Ja. Sind die immer noch an dem Check? Ja. Ich greene dir die. Mach mal. Ah, der andere ist hinten am Stein. Der ist hier vielleicht. Hab noch einen. Vorsicht, Vorsicht. Der andere ist hinten am Stein. Ja. Von die aus Richtung irgendwie. Also, ich weiß nicht, ob der zu dem gehört ist. Nein, nein, nein. War der nicht. Der letzte Einzelne sein. Nein, nein, nein. Der hat auch auf mich. Das sind zwei Stück. Einer ist hier drin in der Hütte. Mhm. Der andere liegt da offen. Den in der Hütte hab ich auch. Ich hab den gedowned, den du gedowned. Ja, ist nur noch der eine hinterm Felsen hier auf N. Ja. Ah, guck mal. Ich bin schon bei acht Kills mein Lieber. Acht Kills. Ich halt mich mal eben hoch. Er aimt auf mich? Ja. Er ist an dem Felsen? Ja. Ähm. Hast du noch irgendeine Granate oder so? Ja, keine. Schon die ganze Zeit nicht. Und der Krag getroffen. Jo. Schön ist dein Kind. Sehr schön. Bam.